Da wird es besser wieder. Da kommen vielleicht ein paar Sauer, die kennen ich mich noch. Seller, was probierst du hin? Ich muss verarschen. Da ist doch gut, guck, das ist meine Heiserstrecke. In der Hanna habe ich... Seller, der Hanna... Da habe ich schon alle Pflanzen weggekauen. Und siehst du, da hat es keine Pflanzen mehr. Seller, jetzt kannst du wieder auf die Stadze gehen. Das teert wieder der Hanna. Seller, jetzt fährst du der Hanna rechts da zwischen den zwei Beben. Bist du ins Haar schon? Ey, was ist das für Spass? Ich fahr einfach. Gib Gummi an, gell, hart rum. Nee, fahr einfach. Da bin ich schon mit meinem Opa. Ich habe den Schlepper durchgefahren. Mein Opa hat gesagt, da oben müssen wir nur Holz nehmen. Gib doch eine Spatze, Mann. Ich hab da gleich woanders Spatze. Das ist ein Graben, genau. Ich hab da mal rückwurzelt. Junge, so eine schöne Natur heutzutage hat man da. Heutzutage hat man da. Junge, überall lauter. Und jetzt kommst du wieder in den Dornach raus. Ja, das ist so eine geile Strecke. Da haben wir nicht mehr. Jetzt kommen wir noch ein paar Wege raus. Das ist der Grabe, jetzt jetzt. Du musst rechts. Du musst rechts. Aber nicht so weit rechts, sonst kommt ein Grabe, gell. Jetzt, jawohl, jetzt sind wir auf dem Tier wieder. Weisst du, wo wir jetzt sind? Jetzt fährst du da vorne links. Nein? Ich fahr ja ab kurz. 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 Da werden wir dreimal schneller gehen. Wie soll er das? Schnell.